Es geht wieder los! Das sieht toll aus. Ich kann eigentlich auch nicht einmal rumlaufen, finde ich. Ich könnte mir etwas verprüht aussehen. So, jetzt liegt ja ein Kugel Eis, bitte! Und dann Eis in die Fresse. Das muss man halt machen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Sind hier die Antworten? Oh mein Gott, der arme Junge! Oh nein! Sein Leben zieht wieder an ihm vorbei. So, Thomas und ich werden jetzt diese Hemden richtig schön versauen und verdrecken. Geil! So was macht auch Spaß. Einfach rummatschen. Also, ich male das hier gerade mit Lidschatten an. Aber der Dan hatte eine super Idee. Der wollte... Du musst es nicht real dreckig machen. Geh nicht melzen! Er war gerade ganz erstaunt, dass ich das hier mit Make-up anmale. So, hey, ich dachte, wir ziehen das jetzt an und wälzen es in dem Dreck. So funktioniert das, so funktioniert das. Es fehlt das Wort wälzen. Ich finde das Wort wälzen. Naja. So, hier ist einmal vorher. Und da entdreck ich nachher. Komplett schmuddelig. Fast wie im Schlamm gesuhlt. So, wir haben jetzt die ganzen Piratensachen hier. Schön eingedreckt haben wir sie. Und jetzt ziehen wir sie an, ne? Ja, ziehen wir sie an. Da hinten lauert die Meute schon. Alle Piraten sehen mega cool aus. Und dann haben wir hier John. So, die Piraten sind ready. Da sind sie alle. Scheiße. Oh mein Gott. So, Carina, was machen wir jetzt gerade? Wir schneiden ihm die Hand ab. Ja. Und er freut sich. Wir fangen schön bei der Pulsara an. Ja, wie immer. Sag meiner Mama, ich liebe sie. So. Vorsichtig, vorsichtig. Carina ist immer so diabolisch, ne? Die freut sich immer so, wenn andere leiden. Ja, irgendwie. Obwohl du gerade deine rosa Faser hast, ne? Ja, das ist nur das Optische. Du musst nur das Süßere. Ich hätte mich auch drehen können, aber es ist schon okay. Machst du gut. Mach ich gut, ne? Hammer. Als hätte ich es schon tausendmal gemacht. Wenn du ihn nicht verletzt, schenkt er dir einen Mercedes. Hä? Das ist ein neues Video. Ah ja, dann musst du was drauf. Was? So, und jetzt müssen wir den kleinen da drauf setzen, oder? Genau, den kleinen Papagei. Ich würde sagen, wir fangen mit der rechten Hand an. Genau. Was soll denn oben sein? Da musst du gucken, was schöner aussieht, Carina. Du bist die Künstlerin. Ja, so ist besser. So, genau. Aber das muss unter dem Nagel enden. Man muss mehr vom Nagel sehen. So. Ja, das ist vielleicht... Ja, so dass der... So? Oh, ich habe den Finger auf der Linse. Genau. So. Und jetzt können wir hinten die beiden Federn reinstecken. Ja, das sind übrigens echte Papageienfedern. Ja. Haben wir eben noch einen Papagei rausgerissen. Nein, Scherz. So rum sein? Auf jeden Fall auf der Rückseite. Aber so, dass man es sieht, ne? Kannst du auch gern so ein bisschen schräg, dass die so... Wie du denkst, dass es schön aussieht. So. Guck mal, wie hübsch. Genau. Und dann machen wir gleich... Wunderschön. Der beste Charakter wird das. So, jetzt malen wir noch die Euklein drauf. Schön mit Edding, ne? Ja, am besten schöne süße Augen, Carina. Ganz süße Augen. Was heißt süße Augen? Ja, so kleine, runde, dicke Augen. Dafür nehme ich so einen dicken Stück. Hast du einen besseren? Ne, ich habe keinen besseren da. Aber ich hätte gerne einen besseren. Süße Augen. Das ist das beste Kostüm. Ich werde maximal gedemütigt, glaube ich. Nein. Das ist der John schon. Das ist der John schon. Alle Piraten sehen so cool aus. Und dann hat er jetzt seinen... Ich zeig mal. Das ist ein Auge. Warte, schärf. Ist das so süß, oder? Oh ja. Oh, so ein kleiner süßer Papagei. So süß, wenn der einfach ein X-Auge hat. Nur ein. Niedlicher Papagei ist das. Der sieht süß aus. Oh. Sehr niedlich. Liebst du deine Rolle? Du bist drinnen. Absolut. Yeah. Okay. Kamera läuft. Und... Bitte. Nicht lustig, wenn das Ding so eine Kippe hat und zwei Augen... Das ist voll lustig. Und dann kommt immer so ein Zoom. Und das ist dieses... Keiner. Keiner. Diesmal kein Filter. Das ist überhaupt nicht beeindruckt. Natürlich haben die Jungs beim Spielen das erste Schwert schon direkt kaputt gemacht. Und den muss es jetzt versuchen zu reparieren. Klappt mega. Ja. Die Kleinen haben es kaputt gemacht. Toll. Zwei. Eins. Go. Kick Japan! 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 Der Papagei muss zum Set. Ja. Jetzt ist sein Auftritt wieder. Das ist ein kleiner Schnabel. Abgefahren. Das ist einfach nach dem Dreh so eine Störe. Die ganze Zeit so... Das ist einfach nach dem Dreh so eine Störe. Die ganze Zeit so... Das ist nicht schön. Nein. Nein. Nur hier oben. So. Wir haben jetzt gerade das Set mit allem möglichen Scheiß da vorne eingerichtet. Ist doch nicht süß, der kleine Papagei. Hallo. Papageno. Absolut. Das ist richtig. Glaube. Naً, ist das echt dû mal sagen? Na. Und wenn man besser geht, ist er noch weniger. Schneeeeeeer! Schreck mich nicht so. Ohne immer schleppen... Wie Clayton gebannt hab ich da zurück. Kettner! 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 Erschreckt mich nicht so! Ist das kaputt, Alter? Das war sehr gut, ja. Jetzt schau auf, Sniff. Was ist das hier? Wir haben hier in der Panne. Kettner! Erschreckt mich nicht so! Was denkt ihr, wenn ihr sowas mit uns dreht? Nicht tun! Dann noch der Schrott auf, Sniff. Wir haben Kettner, wir haben Kettner! Müssen wir es flicken? Ich glaube, dass du sogar eher von hier mal gebraucht hast. Wenn es nicht mehr gebraucht wird? Hast du die Frau schon mal gesehen? Was passiert mit deinem Arsch? Womit kriegt man das am besten gut gefixt? Kannst du mir irgendwas mit? So was wie ein durchsichtigen Narbenack oder sowas? Was? So was? Kettner! 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 Wir haben... Was? Kettner! Kettner! Wir haben Kettner-Pan-Gesichte! Kettner! Han! Jawoll! Alter, diese Beike, das ist ein Festliftsgebiet. Alle mal an die Kanone! Ich küsse auf, das klingt gut. Nee, ich bin nicht mit dem Triff. Ich dachte, du wärst gedacht, dass du hier anzufahren. Diese Situation. Ich glaub, du kannst eine etwas langsamere Fahrt aufnehmen. Okay, 3, 2, 1, go! Kippen! Er ist weg! Was ist so geil aus das Bild? Oh! Kippen! Er ist weg! Hi! Hi! Oh mein Gott! Oh Gott! Beim Laufen, Tom und du beide gegen die Lampen. Weißt du warum? Wenn beide doppelt sind! Habt ihr einen Bluff? Beide gegen die Lampen, ne? Ja, ihr beide gleichzeitig. Richtig Idioten beide. Okay, dann alle auf Anfang. Drückst du mal auf Rack bitte? Ich drück auf Rack. Hörer läuft. 3, 2, 1, go! Kiezerpon! Schön machst du das. Ich hab's schon mal gemacht. Ich hab's schon mal gemacht. Ich hab's schon mal gemacht. Hahahaha! Hahahaha! Bäm! Hahahaha! Fühlst du dich, dass du so gespielt hast? Ich fühle mich richtig gut. Wir gucken so mal im Spiel. Vor allem, Joe hat dir nicht gesagt, was du spielst, ne? Nee, nicht wirklich. Cool! Hahahaha! Hattest du gesagt, ich bin ein Finger? Und ich war so, ah, okay. Und was war's, hab ich nicht gewusst. Cool! Okay, ich geb gleich einen Einsatz. Wohin guckst du? Zu mir. Okay, zu doch. Kamera läuft und... 3, 2, 1, go! Jawoll! Mach noch einen, wo du mal so ein bisschen... Vielleicht ein bisschen Gesichtskirm ist. Jawoll! Ja, okay. Jawoll sagen. Wo? Kamera läuft und... Jawoll! Das ist schon geil, Alter. Ja. Ja. Hör mal auf einer Seite. Hahahaha! Hahahaha! Ja. Ja. Mach mal eins dann mal an. Okay. Du hast dich so gut. Eie! 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 Ist das so schlimm. Filter-Time. Ich sterbe gerade, ich wünsche mir gerade zu sterben. Riecht so süß aus? Hauptsache. Und wenn alles da vorne steht, sehen wir auch, ob hier noch irgendwas rumfliegt. Tom. Aber guck mal, wie süß du bist. Oh nein! Oh, oh, Piraten steilt die Insel an, filmen CO2-Delfine und jetzt dabei, sag mir, wo ist jetzt dein Gott? Fuh! Fridays for Future Schluss, wir haben doch Sonnenklimaschutz, bis das Wasser die Erde schlutt, dank dir, Captain Fog. Fuh!